Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit Aloy. Wir sind hier über den Langhälsen und ganz schön fest unterwegs, schauen wir mal. Wir müssen hier und da und da gehen. Begib dich zu Sonos letzten bekannten Aufenthaltsort. Aber, wenn wir schon da sind, können wir kurz auf die Quest, ciao. Spur der Kriegsherrin, okay, Hauptquest. Spur der Kriegsherrin, wir suchen ihn vor den Toren. In Stufe 12 haben wir noch ein bisschen Zeit. Nebenquests haben wir erledigt. Jagen für die Loge ist noch nicht erledigt. Aber sonst, Noora Jagdgebiet Stufe 8 wäre das nächste. Tutorial Stolperfalle Stufe 8, ja, die können wir uns da nochmal anschauen. Aber jetzt würde ich mal sagen, geht's ab, um Sonos zu finden, die Kriegsherrin. Gesucht wird von den Leuten verzweifelt. Denn es ist anscheinend sehr, sehr wichtig hier für einige oder für sehr viele von ihnen. So. Und ein Tier angemietet, okay. Wir müssen aufpassen, was hier wo herumfällt. Das letzte, was ich hier sehe, das ist ein Siebelzahn. Das ist ein Siebelzahn. Das war doch heftiger als erwartet. Sehr viel heftiger als erwartet. Und natürlich sind wir wieder fleißig dabei, hier alles abzuirnten. Denn Ressourcen kann man nie genug haben. Ich finde es so. Das brauche ich später noch. Richtige Leute, das brauchen wir später alles noch. Denn wir sind Jäger und Sammler. In diesem Spiel. Die Gesundheit brauchen wir ganz schön viel. Aber doch da haben wir schon so viel gesammelt. Entschönend? Doch nicht. Ja, okay. Der letzte Kampf, der hat uns schon sehr mitgenommen. Da habe ich sehr viel wieder hinausgeschmissen. Ein paar Sachen. So, jetzt können wir wieder vorgehen. In Ruhe. Was ist hier los? Musiktechnisch ein Messier. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ein betakuläres Teil gerade so hergestellt kurz. Nur genug Pfeile haben, zack. Aber jetzt muss der Hang sein. Wo müssen wir hin? Ähm. Hallo? Was ist das Ziel? Okay. Hier. Jetzt haben wir mal die Fahne. Was ist die Fahne? Hier. Maria. Geben. Toll. Was ist jetzt für die Fahne, wenn ich es denn nicht sehe? Jetzt sind schon beide Punkte. Hier drüben. Oh ja, da wird sie. Ah. Was wollte ich jetzt denn? Da suche, die Essensrechte. Wann dann? Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Bogen, Holz, Zeilen, momentan keine intakte Sehne. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Kohle, Holzasche, kürzlich gelöscht. Das ist Verbandszeug. Ich könnte Verbandszeug lernen und weiteres. Ich werde eine Spur aufnehmen. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Ich suche das Gebiet. Achtung, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Besser, ich suche den Bogen. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Okay. Suche das Feuer. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Ich suche die Verbände. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Das ist die Blutspur. Was stampft hier herum? Was zu laut ist? Und uns entscheidend irgendwie fressen will. Kommt mir vor. So, ich kann es in den Punkt stellen hier. Wäre sinnvoll. Hehe. Mogens. Oh ja. Vielen Dank.